So, weiter geht's. Alles gut. Viel Spaß bei LOL auf alle Fälle. Ich bin mal gespannt, wann die Gasmaske hier wieder den Geist aufgibt. Aber bevor wir da runterlaufen, laufen wir erstmal hier weiter. Man soll ja nicht den Rücken zudrehen, aber wie soll denn das funktionieren? Ich will ja noch nicht mal mehr anleuchten, ohne dass man... Jetzt haben wir keine Gasmaske mehr. Ihr wollt mich doch verarschen. Das geht doch schief. Nicht in die Augen blicken. Nicht in die Augen blicken. Nicht den Rücken hinhalten. Aua. Aua. Hm. Wo ist denn der hin? Also hören, tue ich ihn noch. Aber ansonsten ist er weg. Ach, da oben. Bleib schön da oben. Au. Okay, da geht's nicht lang. Ah. Da geht's auch nicht lang. Wir laufen mit dem Kerl mal ein bisschen rund. Ah, hier. Ach, der Schuss ist ein bisschen wenig, oder? Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch genug. Okay, wir sind schon mal richtig. Nicht in die Augen gucken. Oh. Irgendwie habe ich das nicht gerafft, wenn er sagt, nicht in die Augen gucken. Aber es funktioniert doch gar nicht. Wie soll ich denn dem Kerl nicht in die Augen gucken? Ist doch unmöglich. Hä, wieso ist jetzt die Wand zu? Was soll denn das der? Hallo. Oh, nee, oder? 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 Ah, fucking hell. So. Wir nehmen um wieder eine andere Pumpe. Die machen wir mal wieder voll. Au. Was? Was? Wow. Unser Problem ist, wir haben keine Mami. Äh, wir haben kein, 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 kein. Und hier ist, wir haben kein Leben mehr. Wie ist so gegen gerade das Licht aus? Okay, wir müssen wohl da hoch. Okay, wir müssen wohl da hoch. Wie wir gerade noch weiter. Eigentlich links oben, nein, nicht rechts oben. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Boah, Leute. Ah, ah, fucking hell. ich habe keine ahnung ob sie einigermaßen sicher bin alles klar dann machen wir das halt doch anders auf geht es nein ich Halt es wieder. Das ist ja schon wieder so eine. Nein, hör auf! Schwere Lektüre, Eromenschaft freigeschaltet. Okay, wir laufen schon mal in die richtige Richtung. Jetzt bloß nicht ins Glas treten, wird nämlich wieder zu laut für die Leute. Wissen dann wieder, wo wir sind. Wissen sie eh. Das Archiv. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Das wird was. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Wir sind am Essen. Hm, 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 hm. Okay, anscheinend laufen wir gerade richtig schön leise. Ich höre einen links, ich höre einen rechts. Oh, shit. Gut. Das war Lucky. Hier bricht alles zusammen. Ausgerechnet jetzt speichert das Game an der schönen Stelle. Ich glaube, wir warten mal ein bisschen, bis der sich beruhigt hat. Da ist er. Nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen gucken. Aua, das ist nicht nett. Nicht funktioniert. Ach, shit. Egal. Das schaffen wir auch so. Ich weiß zwar nicht, wo es gerade hingeht. Aber es scheint, dass wir gar nicht so schlecht weit weg sind. Da hin. Braucht jemanden zu? Nein, nicht. Danke. Boah. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Aber es scheint so. Und dann? Da liegt jemand schlafend. Gut. Aber ich muss da lang. Oh. Oh. Ciao. Deine seeking. Alter Schwede, wo schicken sie mich denn hier hin? Und jetzt wieder runter? Okay, das Spiel speichert, also muss jetzt was Böses passieren gleich. Warte, ist voll, ist auch voll. Er schläft da, also gehe ich größeren Bogen. Oh shit. Könnte aber funktioniert haben. Wir müssen wieder aufpassen, dass wir nicht so laut sind. Gehen aber hier erstmal rein. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Aus einem Computer und Telefon finden wir hier gar nichts. Okay, da haben wir wenigstens ein bisschen was drin gehabt. Kann man den runterschieben? Nein. Es rauscht hier wie die Hölle. Ne, da geht es nicht raus. Oh scheiße, also doch die Tür. Hoffe ich doch. Oh. Ui. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ah, er wusste ganz genau wo es ist. Ja. Ah, dann doch nicht. Okay. Ich bin. D6 steht auch dran. Jo, da hast du dein Heftchen. Oh oh. Jetzt geht die Tür auf. Fahrt nach Sparta. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Milla war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Jo. Auch wenn du komisch macht. Da habe ich versucht zuhörtern. Ich bin sehr. Ach. Schleifort. Höchst. Ich bin sehr. Da habe ich mir diese Ohrst. Wo willst du hin, Mann? Nur 50 Kugeln bringe ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst. Ja. Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Ist ja egal. Machen Sie sie an. Da wären wir. Es ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas Außenbasis. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Endlich können wir die Gasmaske absetzen. Schauen Sie sich in der Basis um, statten Sie sich mit neuen Vorräten aus und finden Sie Miller. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atomu-Boote. Sie warteten auf Befälle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marine Kapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften warten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Das ist eine halbe Kirche, so wie es aussieht. Ich bin noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Errungenschaft freigeschalten. Metro-Powohner. Ah, macht jemand Feuerholz. Oh, schöne Helme. Hallo. Als erstes fangen wir mal hier an. Ist die besser? Oder ist die besser? Eigentlich hätte ich gerne die. Aber die hat keinen Schalldämpfer. Hier aber auch nicht. Hier habe ich wenigstens Schalldämpfer vorne drauf. Kann ein bisschen leiser sein. Den habe ich mit Griff. Gut. Nee, das reicht. Das ist okay so. Hallo. Feuerholz machen. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja. Klar. Und. Sehr gut. Weitermachen. Ei, 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 ei. Hallo Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ja. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ja. Oh, ich habe wieder irgendwas freigeschaltet. Das ist schon geil hier drin. Cool. Immer bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Okay. Wie ist der alten Kirche? Rein. Gut. Zeit, den Offen anzuwärmen. Kapitel 6. D6. Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt wieder erwartet. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaia. Das versuchen wir. Kiewskaia. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Tch. Vermutlich Unfall. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Vladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Artyom! Mehr Ries Salz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Aber wie? Artyom, bist du okay? Also, du hast uns echt erschreckt. Also ein bisschen. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Wir kommen an. Hier wie ist deine Luftschleusen. Gut. Anhalten. Pölle, ich kriege hier echt das Große. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Türen öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, sucht das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum. Drei A nach zwei D. Ignorieren. Dinosalis. Ach du Scheiße. Bin ich schon. Was auch immer passiert. Bin ich schon. Ah! Das war's. das wird auch zeit dass das tor jetzt auf geht wir müssen weg ihr ok gestartet gott sei dank das war knapp also da möchte ich jetzt nicht mehr sein Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße, ist das hier dunkel? Na dann mal los. Los geht's. Kann er kommen? Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stefan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Gott. Los, los! Dann legen wir los. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Ist ja schön, dass es schon läuft. Vielleicht haben wir ja noch was hier liegen, hä? Guck mal hier, na also, siehst du, ich wusste es doch. So, ihr seid schon weg. Ich komme. Skelett zurückgelassen. Ihr habt ja mal ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ein Skelett zurückgelassen. Wenn wir zurück sind, werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Mann. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier rum. Welche Schalter reiten die? Gleich. Oder meint er die Schalter? Hier ist auf alle Fälle ein Knopf. Den können wir nicht benutzen. Und die Schalter auch nicht. Okay. Also meint er die Schalter schon mal nicht. Aber da hinten. Da auch nicht. Da ist ein Schalter. Warum schreist du? Nochmal. Oder meinst du die Schalter? Oh, oh. Oh. Und die Schalter sind schon umgelegt. Ah, da hinten ist noch. Ah, da ist noch einer. Oh, mal Platz da. Jungs, ich habe den Schalter umgelegt. Oder doch nicht. Hier kann ich keine Schalter umlegen. Maschine kann ich auch nicht anmachen. Oder doch? Öffnen Sie das Tor. Ach. Jetzt muss ich das Tor aufmachen. Geht nicht. Hat ich die schon? Nee, ich habe die. Okay. Scheiße. Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat da mir nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Ja. Nee. Nee. Das ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Der will jetzt nicht ein Ich, dass ich vorauslaufe. Da kommen noch zwei. Ei, 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 jetzt geht's aber los hier. Oh, Oberst. Ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ja, ja. Ich wünschte, sie würden diese Alten... Können wir weiter? Kommt Jungs, wir müssen los. Hey. Hallo? Kommt Jungs, wir müssen los. So viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten.